Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Overwatch Runde im Ranked mit dem Gorobai. Wir haben keine Tanks, ich nehme einen Tank. Imagination ist die Essence of Discovery. Die haben die Physik von dem Basketball geändert. Ja, geht nicht mehr. Du kannst die nicht mehr so hochkicken. Doch, jetzt wieder. Jetzt geht's wieder. Schnell, mach deine Dings drauf. Warte. Ist hier noch einer, der rumliegt. Das ist alles kaputt gemacht, Junge. Jetzt. Los, los, Jo. Du hast den hässlichen Vogelscheuchen-Skin, ne? Den hübschen, bitte. Geht ja nicht, weil den hübschen ab ich ja. Ahahahahaha. Did someone say peanut butter? Boah, die haben wir hart gepusht da in die Ecke. Die haben wir ein bisschen fertig gemacht. Bleib da! Ihr geht weg. Not on my watch. Ich brenne schon. Was ist los? Mich hat Reinhard umgehauen. Bist du ein Monsieur? Nein, du bist Junkrat. Junkrat. Junkrat? Und wir haben einen tollen Hanzo, der jetzt gerade um die Ecke schleicht und gucken muss, wo die Gegner sind und ach, toll. Sehr gut, Hanzo. Ich verstehe halt nicht, warum die Leute denken, ein Hanzo im Rank wäre eine gute Idee. Außer du bist natürlich göttlich, aber sind die meisten nicht. Ich frage mich, warum die Leute halt denken, dass Hanzo auf solchen Capture-Maps hier super ist. Das ist ja ihr, das... Auf einer in Nepal ist er gut, aber nicht auf der hier. Der Reaper im Nahkampf kannst du nicht besiegen. Nee, das ist... Wenn er dann noch mit Perra im Arsch hat. Oh, fuck, wo? Hinter uns. Nein! Der Penner. Boah, der Hanzo, ne? Okay, ich geh rein und mach meine Ulti, oder was? Äh, ja. Mein Ultimate ist gleich bereit. Ich hab ihn gefangen... Ah, die hat er zerstört. Nein, der kriegt mich! Warum mich? Immer bin ich der Doofe, der davon gepackt wird, Mann. Ich hab ihn, ich hab ihn. Aber immer wenn er... Da können fünf Leute auf dem Boden liegen, die chargen rein und immer bin ich der Doofe, der gepackt wird davon. Immer. Huch, wo geht's denn da hin? Oh, Heilung. Keine Chance gegen die Diva. Ich bin nur Heilung raus. Ja, dann mach doch mal deine Ult. Ich hab doch meine Ulti schon... Nein, nicht du. Der, 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 der McCree. Wenn er schon sagt, wie toll er sie ready hat. Oh, fuck it! Oh mein Gott, war das geil. Oh Gott! Nein! Fuck it! Ich bin down. Du bist alleine. Ich weiß. Die haben die Entspanien gewonnen. Nein! Ich hätte den Reaper fast noch gehabt. Einer mit dem C drauf. Jawohl. Und nochmal. Nochmal. Nein! Nein! Aber Hans hat geswitcht später. Aber ich weiß, wie wann er geswitcht hat. Zu spät. Aber man Capture Maps sind echt nicht unser Ding, ne? Der hat am Ende erst gewechselt. Da. Da. Welche ist das? Oh, die. Okay. Ich bin gespannt. Das tut mir leid. Und das hat Bogen gemacht. Bin gespannt. 4, 3, 2, 1, und der 2. Oh, shit. Hast du nicht geschafft, wa? Ja. Bist du mir hinterher gelaufen? Nee. Guck ich mir dann ein Video an, wie du failst. Nein! Ich bin so ein bisschen überrascht, dass sie so zahlreich schon da sind. Das ist doch ein lauschiges Plätzchen. Dass die Gegner schon so zahlreich da sind. Die Ere ist zerstört. Einfach reinhalten da. Oh, da kommt ein Reiner. Komm, der ist fast down. Oh mein Gott. Jetzt haben sie den Beat getrunken. Ja, ist trotzdem fast down. Jetzt ist er down. Ja, der Reaper ist halt auch noch da. Ja. Und die anderen Assis. Ja, der Soldier steht so suboptimal. Aber er trifft die nächstens was. Kann ich den Gold-Eliminierung haben? Indem du wahrscheinlich neun hast und nicht acht. Der wird's down. Ich dachte so, nee, nee, nee. Lass mal sein. Auch wenn's so für einen ist. Aufhörer fliegt da oben rum. Ich mach's mal ein bisschen zurück, ne? Reaper kommt. Jetzt weg. Ich hab dich ihm wie schief. Schon wieder? Ach ja, ich hab ihn zu früh gekillt. Ich lasse, ja. Okay, na bis. Oh nein, jetzt holt der mich, Alter. Weil ich ihm so auf den Sack geh. Weil ich ihm die ganze Zeit auch sein Schild geballert hab. Er hat echt nur für mich gemacht. Nee, ich bin ja zur Seite gesprungen. Du standst doch hinter mir. Aber er hat sich zu mir... Nee, du standest rechts von mir und er hat sich zu mir gedreht. Hat die Ulti gemacht und hat mich getötet. Färber kommt von links. Da, wo du gerade langläufst. Na, ich seh's. Färber kommt. Ja, war klar. ich nicht gedacht ich auch nicht schließt in meiner falle und ist ja gar nicht so verkehrt hätte ich nicht gedacht es ist ein chronobeschleuniger nachjustiert werden just kidding winston ich liebe overwatch und ich hasse ist hass liebe hashtag hassliebe hashtag hassliebe pornös pornöse hassliebe bin schon da ich weiß ich bin ja da und jetzt ich habe man schade was war los ach die war rückwärts gelaufen und fiel auf einmal runter und hat sie sich mit shifter schnell gerettet so oh 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 fuck ich wurde hier angeschossen was soll denn fuck reaper kommt aus der tür ach du auch tot das ist nicht cool der rip oh das ding kommt da von oben so rein hat es weg boah alter was war denn da los ach scheiße man die waren noch nicht im mech drin haben ja alle ihre ultis gemacht eben ja die war hätte ich auch fast gekillt die waren auch noch nicht im mech drin aber das spiel sagt nein hitbox ist jetzt erstmal nicht die bis sie eingestiegen ist die war und rein die reinhardt ist weg dreifach kill what the fuck die war habe ich auch gekillt ich habe einfach da reingehalten obwohl ich die falle dahin wenn ich wieder kann solcher kommt ist in meine falle gelaufen der reaper hat doch ne ulti oder jetzt nicht mehr alter schon wieder so ein krieg hier krieg komm macht jetzt solcher ok alles rot alles rot alles rot boah ach da oben steht ne ferra ferra auf ich kann nicht raus ich bin nicht tot sind genau deswegen mich hat sie gemacht obwohl ich die hatte aber fuck die holt mich jetzt ja die holen mich alle ich bin tot 99 prozent ich hasse sowas ja ne ja vor allem dass das immer bei 99 passieren muss einmal kurz näschen pudern und weiter machen meine ultimative fähigkeit ist bereit bin am angriffsziel arbeite zusammen also solcher mich jetzt zersägt das könnte ein game changer sein wenn du reinkommst ne ich musste solcher machen mal no team no win sagt er wo wie und er kennt sich aus in dem robot ok team alles was ist hier aus vorbereit deswegen regel ich hier grad auch von hinten alles per hand weg ey fuck 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 okay fuck fuck ich dachte ich kann mich nochmal hoch boost mit der mine jetzt haltet einfach haltet einfach haltet einfach ich werde ausgesperrt ich darf nicht mehr zu euch kommen feiern 2 zu 1 no team no win sagt er aber wir haben gewonnen komisch er sagt no team no win aber ich habe auch wieder drei goldmedaillen eliminierung zielfortschritt kills und schaden das ist irgendwie weiß ich nicht entweder bin ich zu gut die gegner zu schlecht oder irgendwie etwas anderes läuft falsch oder das team zu scheiße hast du silber äh bei was weiß ich nicht allgemein illuminierung habe ich silber ach guck mal 4 3 2 Bronze habe ich bei feroz auf der schaden das wird winston auch schon nicht verkehrt alter die map konnten wir nicht ne heh ne die konnten wir in der tat nicht aber wir können es ja diesmal versuchen ne die alter scheiße jungfeld hat mich gemacht er steht da hinten noch der meine falle ist immer noch ich habe auf die falsche seite gesetzt aber jetzt kommt du doch von rechts warte ich will die und Lauf rein, lauf rein, Junkhead, lauf rein, komm. Okay, meine Falle liegt immer noch, ist keiner reingerannt, ich bin enttäuscht. Weeper kommt. Pump it up. Die kommen jetzt. Weeper ist drin. Ja, ich weiß. Ist tot. Ist er down. Ich leg es hier hin. Ist drin. Drei Tanks haben wir jetzt. Aber einer ist weg. Soldier steht von hinten. Reifen kommt. Ist daneben gegangen. So nicht, Soldier. Scheiße. Die Kamikaze-Bomben von Dings haben mich gekillt jetzt. Okay, Rinse ist fertig. Fast down. Da muss ich jetzt erstmal eingehen. Was hast du bei Eliminierung? 31. Gold. Oh, Gold. Reinhard läuft oben auf dem Haus rum. Ja, Vincent kommt auch von oben. Er ist drin in der Falle. Jetzt nicht mehr. Aber dann ist seine Ulti gleich oben. Ja, das war nichts. Reinhard ist tot. Der will mich, der will mich, der will mich. Okay. Alles klar, ich mach Ulti. Ist weg. Oh, nice. Oh, das war aber zu früh fast. Der hat die nochmal. Egal, das schaffen die nicht. Na, Weeper. Oh, Weeper wurde von Mörder. Voll weggefallen. Hast du gesehen, wie ich ihn weggeschoben habe? Warst du das oder war das unser Lucio? Ja, das war ich mit der Ulti. Nice. Er flog so. Way of the game. Er wollte so in die Tür reinspringen und dann fliegt er so. Ich weiß ja nicht nur so. Heute nicht. Ich dachte erst, ich schieß ihn rein. Nee, er ist voll zur Seite geflogen. Er hat so reingeguckt und so. Haha, ich komm nochmal auf den Punkt. Und dann fliegt er so. Hab ich ihn dann fertig gemacht. Haben wir gerade eine Capture Map gewonnen? Ja. Oh, ich hab für mich gewartet. Ich Egoist. Egoist. Schön. Das war's mit der Folge Overwatch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Erstmal gucken, wie es mit dem Ranked aussieht, ne? Ach ja, gucken wir noch. Und Level Up hab ich auch. Stufe 80. Level Up hab ich auch. 56. Dass ich so viel höher bin als du mittlerweile. Aber ich stream das ja auch zwischendurch. Mal gestreamt. Ich stream das ja nicht. Aber Stufe 43 ist wieder drin. Ah, ich bin kurz vor 44. Neues Spielniveau. Nice, nice, nice. Nice. Eine Lootbox mach ich auch noch auf, oder? Komm, eine Lootbox mach ich auch noch auf. Komm, was kostet der Geiz? No risk, no fun, Nefi. Legi! Boah, das ist... Ich hab auch einen Legi. Ich hab... Boah, ich hab... Ich hab einen epischen, einen seltenen, einen Legi und, äh, episch Geld. Okay. Ich hab einen epischen Highlight-Intro von Mei. Das, wo sie den Smiley malt. Ja. Und den Raskin. Ich hab das Highlight-Intro von Bastion, wo er den Vogel anguckt bekommen. Die selbstbewusste Siegerpose von Lucio und den, äh, Bivar-Skin. Achso. Ja. Nice. War eine gute Kiste. Kann man mal machen. Haben wir... Haben wir eigentlich ganz gut mal, äh, jetzt Kisten zusammen aufgemacht. Bei den Legi. Ja. Kann man mal machen, ne? Sonnyatta hab ich. Bis zum nächsten... Ach, hast ihn jetzt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.